Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, das Prequel zum Panem-Franchise. Ich bin jetzt du und heute mit mir in der Arena ist die Lida. Hallo Lida! Hallo! Lida, wir müssen eins vorab klären, nämlich wie stehen wir zu diesem Franchise. Der letzte Teil erschien ja vor acht Jahren und war sehr erfolgreich. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, insgesamt haben diese vier, oder waren es auch vier Panem-Filme bislang, drei Milliarden US-Dollar eingespielt. Das ist eine ordentliche Summe. Deswegen, Lida, Panem, hopp oder top für dich? Absolut nicht mein Fall. Das ist definitiv nicht meine politische Richtung, die da vertreten wird. Und auch nicht meine Art von Film. Überraschung, ich betrachte das nicht so ideologisch. Ich muss aber auch sagen, dass Panem auch nie so meins war. Es war mir eigentlich immer egal. Ich habe die alle gesehen, die Filme. Finde auch, dass sie filmisch nach dem ersten Teil zum zweiten Sprung gemacht haben. Aber letztlich war da auch nie was drin, wo ich sage, boah, das muss man mal gesehen haben. Und ich bin mir gerade unsicher, ob es vielleicht immer daran liegt, weil ich zu alt war damals schon. Wer weiß. Jetzt aber auf jeden Fall das Prequel, das wieder inszeniert worden ist von Francis Lawrence. Der hat seit dem zweiten Teil Catching Fire jeden Teil inszeniert. So auch eben jetzt diesen. Und Lida, kannst du unseren werten Zuhörern mal kurz sagen, worum geht es denn in dem Prequel? Genau, wie der Name schon sagt, es greift in die Vergangenheit, die den Lesenden der Vulmane oder dem Publikum der vorigen Filme wohl vertrauten Dark Days, also es geht genau genommen 64 Jahre vor der Haupthandlung der bekannten Trilogie, los mit dem jungen Coriolanus Snow, der in genauer Zukunft dann auch weiter tyrannische Präsident Panens werden wird. Wir wissen also, dass er der Hauptantagonist ist oder sein wird und wie er am Ende ganz an der Spitze ankommt. Den Grundstein dazu liegt also dieser Film, der zeigt, wie Snow noch zu dem Zeitpunkt als Student und Sohn einer verarmten Elitefamilie darauf hofft, ein Stipendium an der Universität des gerade in der Nachkriegszeit befindlichen Capitals zu bekommen. Aber da ihm der Dekan sehr feindlich gesinnt ist, der Dekan schon aufgrund der gescheiterten Kameradschaft mit Snows verstorbenem Vater, hat einige Vorurteile gegen den 10-Jährigen. Der als Mentor einer der Tribute in den Hunger Games, die zu dem Zeitpunkt noch in einer der ganz frühen Ausgaben befindlich sind, zugeteilt wird. Und das ist die Lucy Gray Bird, eine Sängerin aus dem 12. Distrikt, einem der ärmeren Distrikte, die er nun maximal medienwirksam promoten muss. Denn es geht ja nicht nur darum, wer überlebt, sondern auch wer bekommt das meiste Publikum. Und bei dem Versuch, sie möglichst positiv vor der Kamera darzustellen, kommen sich die beiden auch näher und das ist erst das erste der drei Handlungskapitel. Ganz genau. Vielen Dank. Ja, der Film ist aufgeteilt. Du sagst es schon in drei Titel, äh drei Titel, drei Teile. Und ich finde, er ist echt lang. Also er geht ja schon so, glaube ich, um die 160 Minuten. Aber ich muss ehrlich sagen, der fühlt sich echt länger an. Wie hast du die Länge wahrgenommen? Ja, er fühlt sich deutlich länger an und insbesondere hat man auch das Gefühl, dass dieser Film mehr fast zu Ende sein könnte und denkt dann immer schon, gerade aufgrund der gefühlten Länge, die man da sitzt, jetzt ist es vorbei. Ich sitze hier ja auch schon seit fast drei Stunden und dann guckt man auf die Uhr und sieht, ah nee, es geht ja nochmal weiter. Der Regisseur hat sehr deutlich gemacht, sie auf gar keinen Fall diesen Film in zwei Hälften teilen wollten, da dies beim letzten Teil der Trilogie sehr schlecht ankam, beim Publikum offenbar. Aber es hält dem Ganzen vielleicht besser getan, auch wenn ich lügen würde, würde ich sagen, ich würde gerne noch einen zweiten Teil davon sehen. Also ich finde, dass das eine gute Idee gewesen wäre, diesen Film zweizuteilen, denn ich gebe absolut recht, er fühlt sich an, als ob er wirklich gefühlt acht Enden hat. Ähm, und bei diesem Finale der Vorgängerei, also dieser Mockingjay Teil 2, da habe ich auch das Gefühl gehabt, das haben sie wirklich nur alleine aus monetären Gründen gemacht. Aber jetzt, äh, Songbirds und Snakes, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte eine Zweiteilung gut getan. Äh, ich hätte mir sogar sehr gerne einen zweiten Teil angeguckt, denn, ich höre bei dir schon raus, dir hat er nicht gefallen, mir hat er wirklich gut gefallen. Und ich muss auch sagen, ich habe es nicht erwartet. Ich saß in der Vorstellung und dachte mir, gut, gehen wir jetzt da durch, äh, wird schon. Aber mich hat er bekommen. Ich war selbst überrascht, auch wenn da ein paar Faktoren drin sind, die mir nicht so zusagen, unter anderem die dann doch sehr forcierte Liebesgeschichte. Konnte denn vielleicht dich die Geschichte zwischen Lucy und Coriolanus erweichen? Hat dein Herz da tausende Schläge gemacht? Nee, im Gegenteil, das ist da noch ein bisschen mehr versteinert. Ich bin kein, persönlich kein der Romantik irgendwie zugänglicher Mensch. Unabhängig davon ist diese Geschichte maximal plakativ dargestellt. Es ist ein Klischee nach dem anderen. Die Dialoge grenzen an Lachhaftigkeit und es ist wirklich, ja, fast schon die Karikatur einer Teenie-Schnulze, sodass ich mich frage, ist denn da das jugendliche Publikum, das offenbar angesprochen werden sollte? Zumindest auch nach dem, was Susan Collins immer meinte. Sie meinte in einer, ja, wahrscheinlich unabsichtig doppeldeutigen Interview-Aussage mal, sie schreibe nicht über junge Menschen, sondern für junge Menschen. Und in gewisser Weise trifft das tatsächlich zu, weil wir hier Figuren haben, die kein bisschen authentisch wirken, aber offenbar sehr viel Käuferschaft bei jungen Menschen finden. Ja, also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich diese Liebesgeschichte gebraucht hätte, aber sie hat für mich zumindest rudimentär funktioniert. Aber ich bin der Romantik dann auch nicht ganz so zugetragen. Wobei ich glaube, mein Herz ist nicht ganz so verstandert wie deins. Trotz allem hat es für mich überraschenderweise wirklich funktioniert. Und was bei mir auch funktioniert hat, ist tatsächlich der allgemeine Look dieses Films, der ja zu großen, großen Teilen im Ruhrgebiet gedreht worden ist. Und wer auch nur einmal einen halben Tag im Ruhrgebiet weiß, wenn du was darstellen willst, was trist und öd und lebensfeindlich ist, geh ins Ruhrgebiet. Das ist jetzt lustig, dass du sagst, ein Großteil des Films wurde im Ruhrgebiet gedreht, denn ein anderer Teil wurde nämlich offenbar hier in Berlin gedreht, sogar in einer Straße, die ich nur allzu gut kenne. Und das unterstreicht dann nochmal so ein bisschen diese ideologischen Untertöne in diesem Film, die einem relativ im Vorschlaghammer eingedroschen werden. Also Ideologie in der Panem-Reihe, das ist so ein bisschen wie in Twilight. Das ist nichts, das man finden muss oder auch nur übersehen könnte. Es wird einem geradezu alle fünf Minuten, wenn nicht im Sekundentakt, eingehämmert. Ich möchte sogar sagen, und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an diesem Film selbst, wenn ihr jetzt sagt, niederlass mich hier Ruhe mit der ganzen Ideologie, ich will mich nur amüsieren, das könnt ihr nicht, weil die Story und die Figuren eigentlich nur noch Mittel sind, um eine Message zu verbreiten. Also fast jeder Satz, jeder Handlung wirkt nur so konstruiert, als ob sich die Autoren des Romans und dann auch in Folge dessen der Regisseur, als ob sich gedacht hätten, wie kriegen wir diese Botschaft am besten rüber. Scheiß auf Logik, Scheiß auf Charakterentwicklung, Scheiß auf Kontinuität, Hauptsache, wenn die Botschaft sitzt. Das kann man so unterschreiben, hat aber auch wieder bei mir funktioniert. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich war wirklich auch überrascht wegen seiner düsteren Note und ich hätte ihn nicht für in Anführungszeichen so brutal erachtet. Das ist kein grafisch grausamer oder brutaler Film, aber es gab schon ein paar Szenen, die mich tatsächlich mitgenommen haben. Also das hatte ich ja negenteilig empfunden. Ich war gerade zu gelangweilt noch ein wenig überrascht davon, wie blutleer das Ganze ist. Natürlich macht es Sinn, wenn sie eine möglichst große Zuschauerschaft abgreifen wollen, die eben zu einem Großteil ja auch kindlich ist. Das sind keine Erwachsenenbücher. Die Hauptzielgruppe ist vermutlich mal so, ich weiß nicht, 8 bis 18 oder so, oder 8 bis 20 maximal, würde ich sagen. Und da kann man jetzt keine Blutorgien haben, aber dass da nahezu kein Blutstropfen, außer mal aus so einer winzig kleinen Kratzerwunde fließt, fließt, dass die schwere Verletzungen dazugefügt werden, ohne dass man ein Minimum an Splatter-Elementen hat. Also dass der Film versucht, zugleich jugendfrei, aber brutal zu sein, das ist einfach nur unentschlossen. Aber nicht unentschlossen, sondern es ist einfach nur verlogen. Du hast feige und verlogen. Und es passt eigentlich zu diesem ganzen inszenatorischen Konzept. Ja, also als feige und verlogen habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Aber ich kann schon verstehen, dass man sich daran stört. Ich fand es tatsächlich ganz, ganz passend, auch im Kontext zur angepeilten Zielgruppe. Was hältst du denn von der angestrebten Ambivalenz einiger Figuren? Denn der Film versucht ja zumindest am Ende in seinem letzten Part so ein paar Ambivalenzen einzufügen, wo ich aber sagen muss, es passiert mir dann doch zu überhastet. Und das, obwohl ich davor gesagt habe, dass der Film echt lang ist. Und hier kommt eben mein Punkt. Ich glaube, es hätte besser gepasst, den zwei zu teilen. Wie fandest du die versuchten Ambivalenzen in Pan & Precule? Gelingt überhaupt nicht. Zumal diese Ambivalenzen uns wirklich vorhanden sind. Wir sehen am Anfang zum Beispiel niemals, ob jetzt dieser Cory Olenus Snow, das ist so ziemlich der einzige Charakter, dem man ansatzweise vielleicht eine charakterliche Entwicklung oder Wandlung zusprechen könnte. Ob der seinen dargestellten Gefühle gegenüber Lucy Gray Bird, die übrigens auch im Film, darauf kommen wir noch zu sprechen, und wenn nicht, da musst du mich dran erinnern, immer Lucy Gray Bird genannt wird. Ja, also mit allen drei Namen. Wer macht das? Lucy Gray Bird. Egal. Beziehungsweise nicht egal, aber weiter im Text. Dieser Cory Olenus Snow, wir wissen nicht, handelt er jetzt, als ob er verliebt wäre, um sie zu täuschen, um sie zu manipulieren, er hat wirklich Gefühle für sie. Das alles bleibt völlig offen und auch die charakterliche, in Anführungsstrichen, Wandlung, die dann geschieht, wird nie wirklich dargelegt oder erklärt, anders als mit einem bestimmten Konzept. Und das ist gerade wieder eines der Problematik dieses Films, nämlich biologischer Determinismus. Es wird hier suggeriert, dass ja, weil der Vater von Cory Olenus Snow offenbar schon ein grausamer, korrupter oder machiaverdistischer im mindesten Mensch war, der so und zwangsläufig auch so werden müsse. Und solche, ja, semi-faschistischen Tendenzen sind häufig in diesem Film zu finden, an vielen Stellen. Auch wenn das etwas grotesk ist, weil der Film etwas macht, was lustigerweise auch viele Nazis machen, dass man nämlich immer dieses Faschistische den anderen zuweist, um selber nicht damit konfrontiert zu werden. So nach dem Motto, wenn es der andere ist und der andere ist mein Feind, kann ich es nicht mehr sein. Und was war jetzt das mit der Rachel-Siegler-Rolle, der Lucy, wie heißt sie, Grey Bird? Die ist ja völlig eindimensional. Also die hat ja nur einen Charakter und wandelt sich auch nicht. Eingehaut dazu und der ändert sich nicht. Genau, also das ist dem Problem, den ich auch sehe, weil sie gegen Ende so tun, als ob sie facettenreicher wäre. Und das ist eine Behauptung tatsächlich. Da gehe ich absolut mit. Was sagst du denn allgemein zu den Darstellern? Ich für meinen Teil fand das soweit ganz okay. Ich war ein bisschen negativ überrascht wegen der Performance von Viola Davis, weil die mir dann doch zu sehr auf Bond-Schurken getrimmt war. Wobei auch Peter Dinklitz jedem seiner Auftritte so ein bisschen arg zu sehr genossen hat, wie ich fand. Ja, es ist solide. Man merkt aber auch, dass hier die jungen Darstellenden, die sich durchaus Mühe geben, einfach nichts zu spielen haben. Diese Figuren sind so flach angelegt. Und auch die Dialoge sind ja wirklich grenzwertig, aber witzig. Dass ich mir vorstellen kann, dass gerade wirklich hochqualitativen Darstellenden wie Viola Davis oder Peter Dinklitz es einfach schwerfällt, da irgendwie ein bisschen auch Satire auszumachen. Also entweder lässt man sich halt völlig apathisch durch so eine Rolle treiben oder man überzieht sie. Aber das ernsthaft zu schauspielen ist ja kaum möglich. Also auch Hunter Schäfer, die ich immer gerne sehe, hatte diese winzige Rolle, aus der man fast nichts machen wollte, dass man sich auch überfragt, warum gibt es diese Figur? Anders als, dass sie in der Zukunft existiert und jetzt auch irgendwie dadurch deswegen in der Vergangenheit existiert haben muss. Ja, also ich fand die darstellerisch alle okay, aber da stach jetzt für mich auch keiner so heraus. Wie gesagt, Peter Dinklitz, wo ich irgendwas gefühlt hatte, dass er jeden seiner Auftritte genossen hat. Und Viola Davis da, ja, also das lag vermutlich dann doch am Drehbuch, das ja von Francis Lawrence geschrieben worden ist und auch den Autoren Michael Arndt. Ich glaube, der hat einen Oscar bekommen damals für Little Miss Sunshine und hat auch bei Toy Story 3 dann mitgeschrieben. Ah ja. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu den Songbirds and Snakes? Ja, es fällt sehr auf, dass alle Figuren, die entweder, egal, aber in den meisten Fällen doch völlig negativ konnotiert sind, körperliche Auffälligkeiten haben. Das passt auch sehr schön hier in dieses Konzept. Dann haben wir ein wirklich massiv schlimmes Set-Design, das auf mehreren Ebenen schlimm ist. Warum ist es schlimm? Zum einen sieht es halt aus, als wäre es billiges CGI aus einem zweit- oder drittlastigen Computer spielt. Zum anderen ist das hier einfach nur ein richtig pruder Mix aus 1984 und faschistischem Design, so gepaart mit so ein bisschen so John-Steinbeck-Ästhetik. Was soll das? Es soll uns natürlich zum einen hier vermitteln, dass Sozialismus und Faschismus austauschbar wären. Aber das ist hier die Ideologie. Es geht ja um diese neoliberale Albtrau-Anst-Vision. Oh Gott, ein Staatssystem, das sich zu viel Macht über die Bürgerschaft nimmt. Oh nein, und dann im nächsten Schritt, wenn wir noch keinen Gott mehr hätten, wenn wir nur atheistischen Konzepten folgen, dann seht ihr, es ist so dekadent und grob wie im römischen Reich. Als ob das römische Reich irgendwie nicht tausendmal aufgekehrter wäre als das christliche finstere Mittelalter. Aber genau das versucht uns dieser Film hier zu vermitteln mit regelrecht auch geschmacklosen Anspielungen auf das Dritte Reich, wie zum Beispiel wird hier eine ganz normale Fabrik, in der die Arbeitenden zum ganz normalen Arbeitstag gehen, mit einem KZ verglichen. Es ist eine so drastische und wirklich widerwärtige Verharmlosung von der faschistischen Realität und von dem Raum, das es bedeutet, im KZ zu sein. Das ist einfach, also das, ja, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Und auch diese ganzen Klischees hier, die dargestellt werden von Armnot. Es heißt hier ständig, dass alle hungern, aber alle sind wohlgenährt und offenbar gesund, bis auf eine Figur, die Tuberkulose hat. Aber wenn jetzt da so eine riesige Hungersnot wäre, dass kaum mehr was zu essen hätte, wären ja mehr Leute irgendwie abgemagert, geschwächt, irgendwie hätten schlechte Zähne und ungepflegte Nägel oder was weiß ich. Aber die sind dann höchstens mal so stylisch dreckig, aber perfekt geputzte Zähne und die Frisursitz oder so ein Kram. Und dann auch hier dieses Klischee der glücklichen Armen, die alle möglichen teuren Sachen haben und aussehen wirklich wie in Laufstieg-Outfits ausgestattet, aber in so einem Bohem-Shake, ja. Das soll ein Arm sein. Und zum Beispiel diese vermeintlich hier ganz arme Lucy Gray Bird hat eine Gitarre, die aussieht, als ob sie, ich weiß nicht, 20.000 gekostet hat. Woher denn? Das sind solche Anschlussspieler, seht ihr wirklich im Minutentakt. Also das sind jetzt nicht einzelne Dinge, die man dann mit der Lupe gesucht hat, die werden euch alle paar Minuten unter die Nase gerieben. Und das, diesen Film einfach nur protest, aber zur gleichen Zeit auch unglaublich geschmacklos und ärgerlich. Gerade eben in Bezug auf diese politische Ideologie, die da an jeder Ecke rauswählt. Und die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind bei weitem nicht alle. Das sind nur ein paar Beispiele und Stichpunkte. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit durch und können zu einem Fazit kommen. Und ich würde jetzt einfach mal mich vordrängeln. Wir haben alle mitbekommen, dass wir hier beide unnatürliche Meinungen sind, was ich echt ziemlich cool finde, weil das muss auch mal sein. Ich fand den wirklich gut. Die Sachen, die du gerade eben aufgezählt hast, die habe ich teilweise nicht so wahrgenommen. Und teilweise sind sie mir auch, das muss ich ehrlich gesagt sagen, auch vollkommen egal. Aber es sind valide Punkte. Trotz allem, für mich aus meiner Perspektive zählen die nicht zu den negativen Seiten dieses Films. Ich war überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Für mich der beste Teil dieser ganzen Reihe. Und ich bin wirklich kein Fan. Und habe ihn wirklich, in Anführungszeichen, so gut es geht, genossen. Trotz allem hat er seine Fehler, auch aus meiner Perspektive. Er ist zu lang. Er erzählerisch ist er ein bisschen uneben. Trotz allem, für mich eine ganz klare Empfehlung. Und ja, jetzt darfst du. Ich denke, ich habe alles in Genüge schon eben in meiner langen Theade gesagt. Ich weiß genau, dass es hier einen Teil des Publikums gibt, die definitiv diesen Film gesehen werden, weil sie auch alle davor gesehen haben und alle Bücher im Regal haben. und Riesen-Fans davon sind und mich hier gerade selber in die Arena schicken würden. Und da werde ich antreten und weiter kämpfen für ... Nee, nee, wir brauchen dich noch. Du kannst jetzt hier nicht freimachen, um in der Arena zu kämpfen, meine Liebe. Du bleibst schön hier und machst Kritiken weiter. Okay, dann bleibst du zu Hause und machen mir noch einen Kamillen-Pee. Aber ja, ich habe alles gesagt. Nett, dann versuchst du dich vor der Arbeit zu drücken. Genau, nur mit dem Tod entkommt man Tele-Stammt. Genau, genau. Du hast den Vertrag unterschrieben, Frau Leit. Da musst du jetzt auch durch, wie wir alle. Mit meinem Blute, mit meinem Blute. Genau. Ja, also definitiv von mir keine Empfehlung. Gut, dann sind wir hiermit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich möchte noch den Max grüßen. Das habe ich versprochen, warum auch immer. Ist hiermit getan, Max. Geh ins Bett, hab dich lieb. Und ich sage tschüss, denkt dran. Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und auf unserer Webseite tele-stammtisch.de. Macht's gut und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Auf in den Kampf, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.